Willkommen zur dritten und damit letzten Runde für dieses Video in der Games. Natürlich immer noch mit mir, ich bin nicht weggegangen. Ich kann jetzt natürlich meine dritte... Die eine Runde zwischendurch hat er gar nicht aufgenommen, die ich gewonnen habe, nur die mit dem Hai am Anfang. Oh Mann, ich habe meine zwei Eisen nicht gekriegt. Ich wäre froh über das. Ich würde mal als Zielsuche ein bisschen Rüstung, das wäre ganz geil. Tobi, ich wäre froh über drei Eisen, da könntest du mir jetzt ein schönes Eisenschwert craften. Oh, mit dem Eisenschwert. Drei Dias, nice. Jetzt kann ich mir endlich meine Rüstung craften. Wie behindert bist du denn? Ich habe nichts, ich habe ein Goldschwert. Ja, damit kann man Leute killen. Hallo? Ja, ich weiß. Kann man auch. Mach ich auch. Aber ich gehe vielleicht jetzt ins Tor, wo da noch keiner drin ist. Oh, jetzt ist da einer. Komm. Ja, geil. Einen Bogen und eine Angel. Egal, mit einer Angel kann ich kämpfen. Drei. Na, drei. Oh, nochmal drei Dias. Geil. Alter, du willst mich echt verarschen. Ich habe nichts. Ich habe einfach mein Start equipt, bis auf, dass ich noch eine krasse Angel habe. Und jetzt laufen hier die ganzen Village herum und ich denke, das ist ein Typ. So, aber dafür habe ich jetzt Kartoffeln und Nörren. Weil man sich ja genommen... Was mache ich hier für einen Müll? Sechs Eisen und vier Gold. Dankeschön. Aber ich muss jetzt erst einen killen, dann kann ich mir eine Rüstung. Komm, hände dich mit mir. Du hast ein Steinschwert, verdammt nochmal. Hallo, Känguru. Und ich habe ein Goldschwert. Du musst jetzt sehen... Oh mein Gott, das könnte easy werden. Hätte dieser Geschwindigkeit-Boost funktioniert bei mir... Also dieser Geschwindigkeitsblock funktioniert bei mir überhaupt nicht mehr. Ja, irgendwie voll komisch, ne? Irgendwie ist das komisch, ja. Oh, der hat wenig Leben. Get down. Danke. Boah, Alter. Der hat mich keinmal gehittet. Ah, ne, das sah nur so aus wie gute Rüstung. Man, Penner. Alter, ich kann mir gleich richtig dicke Eisenrüstung machen, wenn nicht getauscht wurde. Aber richtig dick. Ich auch. Ich hab 19 Eisen. Ich bin in der Nähe von einem Spieler, der nur noch wenige Leben hat. Der will gerade verzaubern, aber ne, nicht mit Tor. Down ist er. So, jetzt habe ich ein verzaubertes Eisenschwert mit Haltbarkeit. Ist stark. Die kann ich erstmal ausziehen. Dann brauche ich noch so einen Jungle Leaf. Ah, ich track Cybertron. Oh, das ist beruhigend. Ich hoffe, wir kommen jetzt mal in den Endkampf, Tobi. Also bitte nicht so früh sterben, okay? Leider habe ich noch kein Dierschwert. Aber dafür fast voll, also volle Eisenrüstung mit Goldhirn. Das ist für einen Zielsucher insofern ganz angenehm. Nur, ich hätte gerne... Dieses Snoop-Känguru, Alter, wie hast du die nur wegrennen können? Ich glaube, ich hole mir danach Känguru. Oder Vampir. Ich weiß es noch nicht. Oh, ich wurde getauscht. Wow. Ja, ich kann mir ein Dierschwert machen. Tobi, was soll ich mir danach holen? Känguru oder Vampir? Ich weiß es. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Aber du musst mir... Ich krieg noch nicht mal mehr Diers dazu. Ich bin in der Nähe von einem Spieler, der weniger als so und so viel Leben hat. Und da ist er dauernd. Er wollte noch seine Ender-Fälle werfen, aber gedacht ich mir, ne. Ach der. Den schlicks einfach. Und dann wach ich. Ja, der ist jetzt... Der liegt nicht mehr. Wow, Alter. Ich glaube, ich hole mal einen Kill-Counter wieder bei den Ender-Games. Habe ich noch ein bisschen. Habe ich, glaube ich... Ich würde gerne noch ein paar Diers finden, damit ich ein paar Sachen... Das Dier-Ding habe. Ja, drei Diers. Nice. Tobi sagt das bitte nächstes Mal nochmal, wenn ich ne Kiste öffne, okay? Danke, danke. Oh, 97 Glöcke hat jemand wenig Leben. Okay, den hole ich. Oh, ich tracke dich. Ja, ich bin jetzt direkt hinter einem Spieler, ja. Der hat nur noch einen Schlag mit meinem... Oh, jetzt brauchen wir zwei. Oh, ne, er braucht noch einen. Und jetzt kann ich mir eine Diabos-Platz machen. So, Leute. Dann haben wir das schon mal. Gut, perfekt. Also, Tom, wir gehen uns noch einmal aus dem Weg, ne? Ja, sicher. Ja, weil ich dich tracke. Ja, ich hab ne Diabos-Platz. Also, wenn du kämpfen willst, Tobi, du kannst es versuchen... warte bleibt mal stehen bitte ich möchte nämlich gleich wird einer von uns getauscht wird möchte ich direkt ja warte ich wurde getauscht vorsicht ja du bist du noch 80 der war doch 80 blöcke entfernt und ich werde jetzt eh gleich getauscht aber ich versuche mir den vorher noch zu holen er ist gut equippt seine sachen können es ist ein witz ne jetzt habe ich selber ton toby ich komme mal zu dir dann können wir alle bisschen guck mal das ist unser ausrüstungsvergleich das machen die ganzen bogen dahin ist er noch da sind zwei toby kommen hier sind zwei und wir können abstauben ja direkt hier quasi einer dauern und der ist jetzt auch so gut wie da stehen hast du die wenigen leben oder er ist tot okay toby warte kann ich auch noch so ein verzaubertes ding schwert haben es ist endbettel das hast du gerade glaube ich hier aufgesammelt den habe ich mir angezogen ok lass betteln oder ja kann ich so ein verzaubertes ding schwert haben nein kommen wir betteln jetzt er hatte keins sicher hatte der 1 ich schwöre es dir ich habe keins gucken die augen aber ich war noch nicht mal bei dir wenn ich nur normales hier kann ich dir sogar rauswerfen ich werde mir das merken toby wenn man das wäre der bei survival games da geschummelt hat das war ja wohl kein schummeln ihr hattet auf euren schwert haben 0,25 mehr dings drauf ja ja ok wollen wir dann jetzt ja ja ich suche gerade einen zaubertisch nein jetzt komm alter ich bettel ja du kannst dich ja mit mir betteln aber ich suche trotzdem jetzt einen zaubertisch 3 2 1 go wo ich so ein ding ah da hinten ist so ein ding cool so ein ding brauche ich mann alter warum habe ich keine enderperne oder sowas wieso habe ich keine enderperne oder sowas denn du bist aber immer direkt hinter mir im ernst oh nein ich war so kurz vor dem verzauberstift vor mein schwert wäre jetzt gewesen das wäre so bitter das wäre bitter mein freund ah du hast einen bogen ja sicher aber nur einen ja sicher aber nur einen jetzt kommt er mit seiner lava oh gott er hat mich sogar noch getroffen oh lol ich wurde richtig lange vergiftet oh ja da haben wir den trocken nein nein wie viele leben äh 3 1 halben oder 3 das wäre so ich hätte einen schlag auch noch gebraucht ah und Tobi du noob ey mit deinem verzauberten schwert ja nichts kannst du nichts kannst du ich hatte auch noch zwei goldäpfel die ich nicht gegessen habe sei froh nichts kannst du gar nichts ich hätte zwei goldäpfel für 5 dias ich hätte mir noch dia sachen gebraucht nichts kannst du okay so Leiter wenn euch diese Folge gefallen hat dann lass doch mal eine positive Bewertung dann sonst würde ich mich extrem freuen und den Torben hier wie der Torben kacke ist doch mich führt das von dem Weg und ansonsten abonniert uns um kein Video mehr zu verpassen und der Torben muss jetzt noch eine Folge Badwoss aufnehmen der Torben muss jetzt nämlich noch eine Folge Badwoss aufnehmen äh schaut euch die Folgen auf jeden Fall an dir dann schon äh ich denke ich werde mal an Torben kann ich dabei sein bitte nein das ist verboten ja doch ist das Part 34 da? ähm Moment welches Video kommt eh danach heute ja Part 34 warte rein schau dich alle anderen Videos von uns in weil die sind auch cool äh boh alter so richtig ja guckt euch auch alle anderen Videos von uns an die sind übrigens sehr cool ja keine Ahnung die sind jetzt super cool ok Leute ich wollte euch hier nochmal scheiße erzählen